Ja? Ja? Ja, das ist gut, das ist gut, das ist richtig gut. Vincent und seine Insta-Bilder. Oh, was? Hä? Wo ist denn da Insta? Boah, das ist auch zu Bock, ich hab gar kein Wort. Ich hab nix gespielen bis jetzt. Das ist nicht gut, du hast nur noch die Hälfte der Zeit. Oh. Egal, ich drüber das System aus. Oh Gott. Wieso bin ich nicht? So schön gemalt, oh mein Gott. Bin so gut. Okay, lass nix ein Wartezeug. Ich glaub ich hab Vincent das Wort. Alter, das war voll, das war eigentlich, wie soll man das malen? Alter, what the fuck? Äh, weiser, weiser, weiser. Kein Zeitdruck, hör doch. Alles gut. Ich glaub bei meinem Wort, was ich grade malen musste, ich spätestens winzeln das da raus. Oh mein Gott. Oh, ich hab gefettet. Ich hab einfach bestimmt das mit FIFA. Aber warum? Steht da. Ich versteh das noch nicht. Ja, warte, das stimmt doch gar nicht. Hä? Ich hab einfach Johannes Wort. Was soll das heißen? Oder ist das Instagram? Das ist Instagram? Nee. Nee, macht keinen Sinn. Nein. Ich hab nicht geschrieben. Digga, warum denn schon wieder? What the fuck? Das ist ja auch so safe falsch. Kein Druck, die Leute. Das ist halt auch... Das ist halt fast dumm. Wieder... Das ist genau das gleiche Wort, was wir vorhin auch schon mal hatten, Digga. Wer schreibt denn sowas? Also wenn jetzt nochmal The Walking Dead kommt, Digga, dann... Ey, dann wirklich... Dann bin ich so raus. Na, ich... 100% keiner hat The Walking Dead geschrieben, aber mal wieder so ein Jasper und kommt von irgendwie auf Dario auf The Walking Dead. Hä? Hey, das soll das denn sein. Das soll das denn sein. Okay. Äh... Oh, joo. Ich bin sehr gerlich. Meine Zeichnung, die war... Ich bin... Ich dachte, aber... Ich bin Heidi Schnauze. Ich verstehe nicht. Ist das denn für's Wort, Digga? Warum sind das denn alles nur noch einzugehört? Hey, was ist denn das? Hä? Ja, Digga, what the fuck? Ich hab keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Hä? Ich glaub, aber... Ich glaub, die Runde haben wir komplett reingeschissen. Wir haben irgendwas komplett komisch gemacht. Ich hoffe... Ja, das glaub ich auch. Hahaha. Weil wir am Ende kamen. Ja, das glaub ich auch. Hahaha. Oh mein Gott, ich glaube, das wird jetzt gar nicht cool gleich. Das wird... Nicht so, wie ich's erwartet hätt, ne? Nee, ich glaub nicht. Ja, wenn wir den Begriff bringen, dann ist der einzige dumme Spaß. Der einzige dumme Spaß bist du mit deinem Mikro-Quali, Alter. Oh, jetzt bin ich gespannt, Dennis, erzähl. Vincent schwärmt von Portugal. Oh nein. Ja? Ja? Ja, das ist gut, das ist gut, das ist richtig gut. Vincent und seine Insta-Bilder. Oh, was? Hä? Was ist da Insta? Ich musste das zweimal machen. Ich hab zweimal TikTok-süchtiger, wenn ich es nicht mag. Haha. Guck mal, wie schön, guck mal, guck mal, guck mal. Boah. Was? Was ist das denn? Clash of Clans, Clash of Clans, Tesla, hä? Einer bekommt ein Elend-Ho-Shop. Was? Hä, wie kommt man denn von Tesla aus... Jetzt ist meine Zeichen dazu. Digga, was? Ich check da gar nichts gerade. Ich weiß, aber das ist halt das Auto, ne? Schwarz gegen Weiß. Ja, aber ich mein halt den Tesla von Schwarz gegen Weiß. Ich check da gar nichts gerade. Schwarz gegen Weiß. Digga, wir sind von Tesla zu Schwarz gegen Weiß gekommen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, aber Jungs, ein Tesla sieht doch ein bisschen an. Och, Digga, hör auf. Ach, Digga, hör auf. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist stark. Max zieht Christ, Ronaldo CR7. Verdachtig schon. Juhu. Max hat Parklack. Oh. Ja, gut. Das ist echt gut. Es war nicht so schlecht. Es war nicht so schlecht. Es war aber nicht mal so schlecht. Digga, aber mal ganz kurz. Wie kommt die? Ja, dachte ich mir auch. Alles gut gemacht. Genau. Ja, genau. Das sehe ich halt auch. Löf, das ist der Bundestrainer. Oh nein, was kommt denn jetzt bitte, Digga? Ich hätte noch nie was von gemacht. Ach, na gut. Hey, das geht voll klar. Das ist gut. Vincent scheitern wird. Ja, okay. Nein. Die besten Spieler in FIFA. Jetzt meine Zeichnung. Meine Zeichnung Weltklasse. Sieht schön aus, aber ja. Also das mit Yugi Löw. Da habe ich gesagt. Deswegen habe ich gesagt, das wird spätestens bei Vincent scheitern. Ja, okay. Ist dann direkt die erste Runde da gewinnt? Vincent und seine Insta-Bilder. Hallo, ey. Geil. Hä? Ich habe euch schon gewinnt. Ich habe euch schon gewinnt. Ich habe euch auch immer das selbe gezeichnet. Ich war halt auch immer das selbe. Wissen Sie bedeutet? Jetzt war ich zu wieder zwei mal das selbe, ne? Vincent ist TikTok wichtig. Cool. Boah. Keine Ahnung. Es war halt irgendwie jetzt zweimal das selbe. Aber was habe ich denn noch für eine Technik gehört? Aber habt ihr nie mitgekommen, dass ich extra die Fingerlinge von Vincent schwarz gemacht habe? Fabri ist dick. Das war ein Fickster, ne? Ohne Sinn. Aber Fabri trifft sich gut. Fabri im Dönerlade. Warum, Joshua? Weil... Das hat mir doch grad. Er hat sich doch auch dieses Ohne Sinn. Deswegen dachte ich... Digga, Ohne Sinn. Was? Vincent? Was? Warum? Vincent? Was? Wie? Das ist ein Controller. Ich dachte... Und du tanzt und der Döner spießt es der Fernseher, oder was? Ja! Ja! Oh, wie ist das denn? Oh, wie schön dich gemeint hat.